ja hallo zusammen so ich habe mal wieder lust was zu spielen und ich habe seit lange mal wieder ein balli gefunden und will mir mal ein bisschen die spiele die ich noch nicht kenne anschauen ich fange mal mit mystic force 40 cent und schauen uns das mal an klingt aber schon irgendwie so wie mal gucken ob ich recht behalte mit euphorus ok so 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 Ah, schön. Das sieht doch schwerer noch aus. Das sieht doch aus. Das sieht doch aus. Das sieht doch aus. Tja, nicht die Welt. Na gut, schauen wir uns mal was anderes an. Was spricht nicht noch? Probieren wir mal Wolf Spirit. Mal schauen was das ist. So, ich habe mal 50 Cent bei Hexenkessel Freispiele bekommen. Mal schauen wie weit wir kommen. Mal schauen. Ich musste kurz unterbrechen. So sieht das Spiel aus. Wolf Spirit. Ich mache mal 100 Linien. Dann ist man mit 50 Cent schon dabei. Schauen wir uns das mal an. Ah, ein Sechswalzen-Spiel. Mal schauen, ob wir uns das vom Hocker holen. Und? Oh. 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 Passiert hier nichts. Weltenbewegendes passiert. Was ist das jetzt? Oh. Oh. Ja klar. Und jetzt kommen die Wilds da vorne hin. Eine Runde später. Ist ja logisch. Oh. 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 Das steht dann im Superblock. ich habe 100 linien und dabei war keine richtige konstellation dabei gerade mal 3,50 Euro oh mal 9 Euro ich wollte eigentlich riskieren aber irgendwie war ich wohl zu dieser ich würde mich interessieren was in den Freispielen passiert was da so riesig anders ist dann ich dachte das sind Freispiele aber das waren noch zu riesig ich dachte das sind Freispiele aber das waren noch zu riesig 12 bis 16 Euro für Freispiele so weiter gehts und hat nicht ausgereicht schade ja klar müssen ja mindestens 3 Walzen voll sein Wahnsinnsspiel ich habe so nebenbei Goldstar gespielt auf 10 Cent da ist er über die Ausspielungen auf 2 Gold Spiele gegangen mal schauen was er denn zahlt 2 Stück oder wenigstens 1 Runde 1 natürlich nicht na Wahnsinn 2,50 Euro Runde 2 auch nicht Wahnsinn so probiere ich mal Cutie Cat mal gucken was das ist Cutie Cat 30 Linien 30 Cent dann sieht der Gewinnplan so aus nur 5 Freispiele mit noch mehr Wald dann bin ich mal gespannt dann bin ich mal gespannt und 5 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 10 11 Bist du ja cutie. So cute. So, weiter geht's. Mal schauen. Noch mehr war jetzt. Wahnsinn. Und warum macht man da nicht 10 Freispiele? Oh. 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 Ich versuche nochmal was anderes. Bis gleich.